Ich habe ja Schwierigkeiten hier eventuell mit der Hand dazwischen zu kommen und da setzt sich natürlich ganz ganz Staub ab und gerade durch die Länge vom Teleskopstaub eignet sich das natürlich wunderbar, um an allen Stellen mit dem Staubdaster dann entsprechend gut dazwischen zu kommen. Und man müsste eine Leiter holen dazu, dann ist das ja viel viel mehr Aufwand. Also man macht es einfach schneller, einfacher und vor allem sicherer, weil man nicht runterfällt. Also man hat keine Sturzgefahr.